10 Gründe für einen Rottweiler Hallo und herzlich willkommen bei Hunde Fantastisch! In diesem Video dreht sich alles um die beeindruckende Rasse des Rottweilers und die Gründe, warum sie großartige Hunde sind. Wenn du bereits einen Rottweiler besitzt, wirst du sicherlich zustimmen und wenn du darüber nachdenkst, einen Rottweiler in deine Familie aufzunehmen, werden dir diese 10 überzeugenden Gründe helfen, eine informierte Entscheidung zu treffen. Los geht's! Seine Loyalität Rottweiler sind außerordentlich loyal gegenüber ihren Familien. Sie bauen starke Bindungen zu ihren Besitzern auf und sind immer bemüht, sie zu beschützen und zu unterstützen. Diese Hunde sind bekannt dafür, dass sie sich selbst in Gefahr bringen, um ihre Lieben zu verteidigen. Seine Intelligenz Rottweiler sind höchst intelligente Hunde, die schnell lernen und sich an verschiedene Situationen anpassen können. Ihre Intelligenz macht sie zu ausgezeichneten Schülern und sie können eine Vielzahl von Befehlen und Tricks lernen, wenn sie richtig trainiert werden. Seine Kraft und Ausdauer Rottweiler sind kraftvolle Hunde mit einer beeindruckenden Körperstruktur und einer starken Präsenz. Ihre Kraft und Ausdauer ermöglichen es ihnen, sich in vielen verschiedenen Rollen zu behaupten, von Arbeitshunden bis hin zu Schutzhunden. Sein Schutzinstinkt Rottweiler haben einen starken Schutzinstinkt und sind hervorragende Wachhunde. Sie sind wachsam und achtsam und werden nicht zögern, ihre Familie vor Bedrohungen zu verteidigen. Sie sind mutig und furchtlos und können in vielen verschiedenen Schutzrollen eingesetzt werden. Seine Anpassungsfähigkeit Rottweiler sind anpassungsfähig und können sich gut an unterschiedliche Lebensstile und Wohnsituationen anpassen. Sie benötigen zwar ausreichend Bewegung und geistige Anregung, um gesund und glücklich zu bleiben, aber sie sind insgesamt ziemlich flexibel, solange ihre Bedürfnisse erfüllt werden. Seine Gesundheit Obwohl Rottweiler anfällig für einige gesundheitliche Probleme sein können, sind sie im Allgemeinen robuste und gesunde Hunde. Mit der richtigen Pflege und Ernährung können sie ein langes und gesundes Leben führen. Ihre durchschnittliche Lebenserwartung liegt zwischen 8 und 10 Jahren. Seine Sozialität Rottweiler sind soziale Hunde, die gut mit anderen Hunden und Haustieren auskommen können, wenn sie richtig sozialisiert werden. Sie genießen menschliche Gesellschaft und können liebevolle und engagierte Begleiter sein. Seine Trainierbarkeit Rottweiler sind sehr gut trainierbar und reagieren gut auf positive Verstärkung und konsequentes Training. Ihre Intelligenz und ihr Eifer zu gefallen, machen sie zu schnellen Lernern und sie können viele verschiedene Aufgaben und Befehle erlernen. Seine Arbeitsbereitschaft Rottweiler sind arbeitswillige Hunde, die bereit sind, eine Vielzahl von Aufgaben zu erfüllen. Ursprünglich als Hüte- und Zughunde gezüchtet, sind sie heute in vielen Rollen zu finden, von Such- und Rettungshunden bis hin zu Therapiehunden. Seine Einzigartigkeit und Ausstrahlung Jeder Rottweiler hat seinen eigenen Charakter und seine eigene Persönlichkeit, die ihn einzigartig macht. Sie sind selbstbewusste, ruhige und ausgeglichene Hunde mit einer starken Ausstrahlung. Die markanten Augen des Rottweilers, die oft als sanft und ausdrucksvoll beschrieben werden, sind ein Spiegel ihrer Seele. Sie reflektieren ihre Intelligenz, ihr Mitgefühl und ihre bedingungslose Liebe zu ihren Besitzern. Wir hoffen, dir hat dieses Video gefallen und wir freuen uns darauf, dich bald wieder zu sehen. Bleib gesund und genieße die Zeit mit deinem vierbeinigen Freund. Deine Hundefreunde von Hunde Fantastisch